Hey Leute, was geht? Dieses Video soll eine Ankündigung sein für das megacoole, krasse Hearthstone-Turnier, was mein Netzwerk veranstaltet in diesem Monat. Ihr seht jetzt einen kurzen Trailer und danach erkläre ich euch den Rest. Leg die Karten auf den Tisch und mach dich bereit zum großen Online-Hearthstone-Turnier auf YouTube und GameStar.de. Mit dabei sind über 30 bekannte Let's Player. Hast du das Zeug gegen die besten YouTuber anzutreten und willst eins von drei coolen Nvidia-Shield-Tablets gewinnen? Dann bewirb dich bis zum 13. Januar 2015 unter www.gamestar.de slash Hearthstone-Turnier. Hearthstone Goblins gegen Gnome, das große Online-Turnier. Wir fesseln den Zorn der Goblins für Gnome-Regan. Also das bedeutet in diesem Monat erwartet euch ein cooles Hearthstone-Turnier, das ihr nicht nur verfolgen könnt auf vielen verschiedenen Kanälen, weil so viele coole YouTuber mitmachen, sondern auch selbst mitmachen. Ihr könnt eine Wildcard gewinnen und darüber hinaus auch noch ein Nvidia-Shield gewinnen. Das ist doch mal fresh. Ich schreibe euch den Link unten in die Beschreibung. Da könnt ihr euch die ganzen anderen coolen Infos dazu reinziehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und dann spielen wir vielleicht gegeneinander. Dann viel Glück, haut raus und bis bald. Ciao!